Hallo Leute, der Grauton hier mit Gracelmania Nummer 15 und ja, es soll wie angekündigt die erste Gracelmania sein, in der ich mich nicht mit einer bestimmten Show befasse oder eine Preview mache oder sonst was, sondern in der es um ein generelles Thema zum aktuellen Wrestling geht. Und ich habe im Moment noch so ein bisschen Probleme zu überlegen, wie das Video heißen soll, aber ich erkläre euch mal, worum es geht. Und zwar ist es so, dass ich im Moment mit dem aktuellen WWE-Produkt tatsächlich wieder Spaß habe. Das ist schon mal etwas, was ein Fortschritt ist zu vor ein paar Monaten. Aber trotzdem im Moment bei mir der Funke noch nicht so richtig wieder überspringen will, weil ich finde, dass das Writing und das Booking im Moment einfach oft nicht besonders clever ist. Das heißt, die WWE nimmt im Moment oft den einfachstmöglichen Weg, eine Story zu schreiben und es würden nur ein, zwei kleine Änderungen fehlen und schon könnte man aus einer sehr simpel, sehr billig geschriebenen Story eine herausragende Story machen. Und macht meiner Meinung nach auch noch so einige andere Fehler und trifft unverständliche Entscheidungen. Und ja, darauf möchte ich heute so ein bisschen eingehen, was mich am aktuellen WWE-Writing so stört. Und im Wesentlichen sind es drei Punkte. Ich sage gleich vorab, es gibt dazu immer auch noch mehr Beispiele, aber damit dieses Video hier nicht komplett ausartet, habe ich mich bei jedem Punkt auf ein, zwei Beispiele, um das zu verdeutlichen, fokussiert und werde die jetzt nennen. Und ja, es sind, wie gesagt, im Wesentlichen drei Punkte, die mir in letzter Zeit immer wieder aufgefallen sind, wo ich immer wieder drüber stolpere bei der WWE. Und was mir leider so ein bisschen den Spaß an den fortlaufenden Storylines nimmt. Der eine Punkt davon, ich gehe übrigens von dem schwächsten zum für mich schwerwiegendsten Punkt. Der eine Punkt davon ist, dass für mich die WWE zu viel für einzelne Momente bookt. Das heißt, die WWE denkt im Moment, so wirkt es zumindest oft, nicht langfristig, sondern bringt etwas einfach, um einen kurzfristigen Moment zu erschaffen. Ein gutes Beispiel dafür wäre, während des Royal Rumbles, dass dort als Nummer 10 Ty Dillinger herausgekommen ist, die Perfect Ten. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, die Zuschauer chanten Ten, Ten, Ten. Kann manchmal wahnsinnig nervig sein, wenn der Schiedsrichter zählt und sie einfach immer Ten rufen, anstatt die Zahl, die er zeigt. Ja, und der kam, wie es sich viele gewünscht haben, als Nummer 10 heraus. Es gab dann natürlich ordentlich Pops, die Halle hat gejubelt, er hat auch ganz okayes Spotlight bekommen. Und man dachte, das war jetzt sein Main-Roster-Debüt. Davon sind erstmal alle ausgegangen. Ja, das Ding ist aber, dieser Auftritt war nicht sein Main-Roster-Debüt. Ty Dillinger ist danach wieder zur NXT zurückgegangen und ist weder bei Raw noch bei SmackDown noch einmal aufgetaucht. Und das Problem war, wo er doch ein gutes Showing bekommen hat, das war okay, war es trotzdem kein Auftritt, wo Casual-Fans, die jetzt nicht viel verfolgen, wo die denken werden, wenn er dann irgendwann bei Raw noch SmackDown debütiert, ah, das ist doch dieser Ty Dillinger, der beim Rumble aufgetreten ist. Es war okay, aber ich kann euch jetzt ehrlich gesagt schon keinen möglichen Spot mehr sagen, den er hatte. Ich weiß, dass er zusammen mit Sami Zayn gegen Braun Strowman ein bisschen gekämpft hat und so weiter und so fort. Also es war ein okayer Auftritt, aber nichts, woran man sich erinnert. Und deswegen war dieser Royal Rumble Auftritt einfach nur Cheap Pops. Und da steckte kein langfristiger Plan dahinter, bei dem man sich später denkt, ach, das ist doch der geile Typ vom Rumble oder ihn dann eben danach direkt debütieren lassen. Ja, es war einfach nur ein Auftritt, damit man den Fans diesen Wohlfühlmoment mit der Ten gibt. Und ich finde, das trägt dann nichts bei. Denn was Raw und SmackDown sind, sind fortlaufende Fernsehshows und keine Wohlfühlblase. Man kann sicherlich mal den Fans einen Moment geben, der schön ist, oder das sollte man auch, aber der sollte meiner Meinung nach immer Storyline bedingt sein oder halt irgendwie ein Rückkehrer beim Rumble oder sowas. Aber nicht einfach jemanden in den Rumble werfen, um ihn danach nicht debütieren zu lassen. Denn man hätte das dann sehr viel sinnvoller nutzen können. Man hätte beispielsweise Heat ziehen können. Denn alle haben damit gerechnet, dass Ty Dillinger als 10 rauskommt. Also, warum traut man sich nicht, als Nummer 10 ein Heal herauskommen zu lassen? Warum traut man sich nicht, einen Smith rauszuschicken? Oder, was weiß ich, ein Dolph Ziggler. Wie auch immer. Der rauskommt und erstmal Ten, Ten, Ten macht. Und die Halle, die bis eben so erwartungsfroh auf Ty Dillinger gewartet hätte, würde instant anfangen zu boonen. Das hätte besonders einem Dolph Ziggler wahnsinnig gut getan. Genauso gut hätte man einen Smith zu Daniel Bryans Musik rausschicken können. Das wäre ein sehr, sehr cooler Moment gewesen, der Smith auch was gebracht hätte. Denn auch hier buckt man, finde ich, völlig ins Leere. Smith hatte seine Konflikte mit Daniel Bryan. Das hat man mittlerweile komplett wieder aus den Storys rausgenommen. Smith imitiert Daniel Bryan einfach nur noch. Was mittlerweile dadurch, dass die Konfrontation der beiden nicht mehr da ist, dazu führt, dass er dafür auch keinen Heat mehr zieht. Sondern tatsächlich Yes-Chance kommen, wenn er das macht. Und, ähm, ja, das ist auch wieder so ein Fall. Smith gegen Daniel Bryan war am Anfang wahnsinnig cool. Aber spätestens jetzt ist klar, dass das Ganze nirgendwo hinführt. Es war einfach nur was, um kurzfristig Heat zu ziehen für The Miss. Und das ist einfach schade. Und jetzt stellt euch mal vor, beim Royal Rumble wäre Daniel Bryans Musik gespielt und dann wäre The Miss rausgekommen. Was das für Heat gezogen hätte. Und das wäre beides guter Heat gewesen, in der Form den Heal over zu bringen. Als Heal. Ähm, weil es wirklich legitimes Buen gewesen wäre. Und nicht, weil die Fans gern Buen wollen. Stattdessen hat man Roman Reigns dann diesen Heat gegeben, im Rumble. Und hat diesen dann überhaupt nicht genutzt. Und da sind wir nämlich beim zweiten Beispiel, ähm, was für mich im Moment nicht so richtig stimmt beim WBE-Writing. Das sind die ungünstigen Heal- und Face-Positionierungen. Da gibt es auf beiden Seiten Beispiele. Ähm, nehmen wir doch Roman Reigns. Wir erinnern uns alle, Roman Reigns kam beim Royal Rumble raus. Und zwar als Nummer 30. Die Halle hat erwartet, dass ein Samoa Joe rauskommt, ein Shinsuke Nakamura. Irgendwas Großes nochmal. Stattdessen kam Roman Reigns heraus, der früher am Abend schon ein Match verloren hatte. Und alle dachten, alter, sie machen dasselbe Ding zum dritten Jahr in Folge, dass sie Reigns den Rumble, äh, oder zum zweiten. Nein, jedenfalls, dass sie Reigns rausschicken und damit den Rumble, ein einziges Boo-Konzert stürzen. Und damals habe ich ja noch gesagt, ich finde das, was sie gemacht haben, grandios. Denn ich hatte wirklich das Gefühl, das war der Auftakt zum Heal-Turn. Denn die WWE muss mit den Reaktionen gerechnet haben. Er hat dann, ähm, ja und es wurde halt alles für Heal-Reaktionen gezogen. Äh, man hat ihn gebracht an dem, an dem Spot, wo die Leute Finn Beller, Kurt Angle, Samoa Joe erwartet haben. Da bringt man Roman Reigns, der schon ein Match hatte an dem Abend. Während ein AJ Styles, der sein Match verloren hat und wahnsinnig over war, nicht in dem Match war. Dann eliminiert er noch den Undertaker. Ähm, und dann lässt man Reigns aber verlieren, sodass die Leute tatsächlich den Orton-Sieg feiern. Und damit Orton wieder interessant wird, der, ähm, ja, seit Jahren eigentlich in der Belanglosigkeit schwebt. Und das war eigentlich so, okay, er kommt raus, klaut, klaut den Spot, ähm, AJ kriegt den Spot nicht, während er ihn bekommt. Buhen, buhen, buhen und dann schmeißt er noch den Undertaker raus. Und spätestens dann wurde Lautheits geboot. Und, ja, am nächsten Tag hätte meiner Meinung nach die Fede mit dem Undertaker losgehen müssen und Reigns ganz klar als Heal positioniert werden. Ähm, und dann wäre das Ganze beim Rumble ein grandioser Move gewesen. Aber stattdessen macht man Business as usual, weil die Fede mit dem Undertaker wohl erst nach Fastlane losgehen wird. Da sind wir wieder bei dem Part-Timer-Problem. Ähm, das heißt, man lässt jetzt Reigns beim Rumble jede Menge hinziehen und setzt ihn danach aber wieder als der Face, den Face ein, den alle schon nicht wollen. Denn bei Fastlane wird er gegen Braun Strowman kämpfen und ist ganz klar in die Face-Rolle positioniert. Er wird aber die meiste Zeit ausgebucht. Und das heißt, Roman Reigns schwebt im Moment vor diesem Heal-Turn. Ich hoffe, dass er kommt. Sie können ihn nicht den Undertaker bei WrestleMania besiegen lassen oder auch nur ihn antreten lassen, ohne ihn Heal zu turnen. Er schwebt vor diesem Heal-Turn, aber weil noch Zeit zu überbrücken ist, lässt man ihn Face. Und mittlerweile ist bei mir echt die Angst da, dass er auch Face bleiben soll. Und beides wäre Katastrophe... Also, ja, wenn er jetzt dann nach Fastlane anfängt Heal zu turnen, ist das alles noch okay. Aber dann hat man nur einen Monat verbraucht. Wenn er nicht Heal-Turn, dann ist es wirklich so, dass die WWE uns versucht, weiterhin einen Face reinzudrücken, den wir nicht haben wollen. So, gleichzeitig sind die Faces bei WWE, machen teilweise so Aktionen, die für mich nicht gehen. Die WWE betont immer wieder, dass sie ein Familienprodukt ist. Und ich persönlich bin ja nicht mal dafür. Ich finde, Wrestling ist etwas für Erwachsene. Eine Show, die darum geht, dass sich Leute auf die Fresse hauen und teilweise blutig schlagen, um ihre Probleme zu klären, ist nichts für Kinder. Die in Stahlkäfigen kämpfen und so weiter. Aber es ist nun mal so. Und dann macht man bei der WWE konstant so Sachen, und das häuft sich im Moment, dass beispielsweise ein Seth Rollins von Stephanie McMahon fordert, dass sie Triple H jetzt herschicken soll. Sonst wird er zu ihr nach Hause gehen und klingeln. Und was, wenn dann ihre Kinder aufmachen? Das heißt, Face, Seth Rollins, stellt sich hin und bedroht Stephanie McMahins Kinder. Das ist keine Face-Aktion. Und man hat richtig gemerkt, wie die Leute in der Halle auch so waren, so, äh, ist er jetzt wieder hier? Sollen wir jubeln? Sollen wir buhen? Was sollen wir tun? Und dann war es einfach still. Und, ähm, die WWE versteht nicht, dass man so keinen Face aufbaut. Ich glaube, sie wollen ja diesen Oh-Shit-Moment. Da sind wir wieder in den Momenten. Aber stattdessen sitzt man als Fan einfach nur da und denkt, was war das denn jetzt? Genauso jetzt, äh, gerade diese Woche mit Randy Orton. Er ist der Face in der Fede Wyatt gegen Orton. Wyatt wird bejubelt wie Sau, weil er einfach charismatisch ist. Und genau genommen auch seit einer ganzen Weile überhaupt nichts Böses mehr tut, sondern einfach nur seine Matches wrestelt und gewinnt. Ähm, und Orton ist der Face in dieser, äh, Konstellation, der zu Wyatts Anwesen geht. Ähm, mit einer Spitzhacke die Übergäste von, von Wyatts Sister Abigail ausbuddelt. Danach das Haus in Brand steckt und es mitsamt der, äh, mitsamt Sister Abigail verbrennt. Das heißt, der Face in die Orton stellt sich hin und sagt mehr oder weniger unmotiviert, ey, hi Bray, ich begehe jetzt Brandstiftung und Leichenschändung. Und auch da war die Halle wieder so, oh, ja, okay. Nun, und das sind einfach Sachen, wo man sich fragt, wo will die WWE damit jetzt eigentlich gerade hin? Okay, sie wollen zeigen, Orton ist sehr entschlossen und sehr krass. Ähm, gerade drauf, Seth Rollins genauso. Und wo das bei Seth Rollins noch irgendwo Sinn macht, hat man bei Orton aber im Moment das Problem, das man überhaupt nicht etabliert hat, warum jetzt, warum bringt er so, warum wird er jetzt plötzlich so krass, warum greift er jetzt zu so extremen Maßnahmen, wo er monatelang mit der Wyatt Family zusammengearbeitet hat. Klar, die Auflösung sollte jetzt sein, hey, es war alles Absicht, er wollte Bray Wyatt täuschen. Aber, da sind wir beim letzten Problem, nämlich, dass die WWE im Moment sich leider oft für das dümmstmögliche Booking, den dümmstmöglichen Dialog entscheidet. Und es ganz oft so ist, würde man ein, zwei Sachen umdrehen, würde es instant besser werden. Bleiben wir ganz kurz bei Orton. Das Weiche, was danach kommt, stört mich tatsächlich noch mehr. Ja, Orton, wir erinnern uns, hatte letztes Jahr eine Fehle mit Bray Wyatt, bei der er gegen Wyatt, glaube ich, zweimal verloren hat. Danach kam dann Orton zu dem Schluss, wenn ich sie nicht besiegen kann, muss ich mich ihnen anschließen. Und alle sind davon ausgegangen, okay, in ein, zwei Monaten wird er gegen die Wyatts wieder turnen. Da hat sich die WWE aber dagegen entschieden und hat ihn tatsächlich über Monate mit Bray Wyatt zusammenarbeiten lassen. Und das war ziemlich cool, sie haben auch die Tag-Team-Gürtel gewonnen. Und zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, okay, es wird drauf hinauslaufen, dass Orton irgendwann turnt. Aber es könnte auch anders kommen. So, nun war Ortons Plan also von vornherein die Wyatts zu zerstören. Er arbeitet also über Wochen, ne, über Monate mit Wyatt zusammen. Er verhilft ihm sogar zu siegen. Er sorgt sogar dafür, dass, ja, er sorgt dafür, dass er gewinnt, schmeißt sich für ihn in die Schusslinie. Und er verzichtet sogar auf seinen WrestleMania-Spot, solange er unter Wyatts Herrschaft steht. Dann startet man gleichzeitig ein cooles Programm, dass dadurch der Spot wieder frei wird und AJ Styles und Luke Harper um diesen Platz fehlen. Denn Harper hat immer noch was gegen Wyatt dafür, dass er ihn verstoßen hat. Und AJ hat den Titelgrad erst verloren und möchte ihn zurückhaben. Während Cena sehr, sehr clever an Simis abgeschoben wird. Bis dahin dachte man wirklich, ey, geil, damit das Orton auf seinen Platz verzichtet, habe ich nicht gerechnet. Jetzt haben wir eine Übergangsfehle, AJ gegen Harper. Coole Sache und wahrscheinlich wird Harper das gewinnen. Und dann wird Wyatt sagen, hey, wird Orton sagen, hey Wyatt, ich unterstütze dich in dem Kampf, ich nehme doch teil. Aber nur um Harper zu verprügeln und Bray dann screwen. Das wäre eine zwar etwas vorhersehbare Story gewesen, aber eine von vorne bis hinten in sich schlüssige und auch ein Plan, der Sinn macht, dass Orton den von Anfang an verfolgt hat, Luke Harper von Bray Wyatt wegzudrängen, sein Vertrauen zu gewinnen und ihn dann zu betrügen. Das wäre eine von vorne bis hinten logische Entwicklung gewesen. Dann baut man eben das mit AJ und Harper noch auf. Ich finde es auch ein bisschen kumulatisch, dass man AJ Harper gleich zweimal besiegen lässt in einem Match. Und all das, damit sich dann Orton zwei Wochen, nachdem er auf seinen Titelspot verzichtet hat, überlegt, nee, jetzt turn ich ganz offensichtlich gegen Bray Wyatt, brenne sein Haus wieder und verbrenne die Leiche von Sister Abigail. Und man denkt sich, man sitzt da und denkt sich, warum? Versteht, das Ziel von Orton ist, ich schaffe es nicht, Wyatt zu besiegen, deswegen muss ich ihm beitreten, um ihn von innen zu zerstören. Warum jetzt, denn Wyatt hat das sehr gut geschaut später, dass ihn das wirklich fertig macht, aber warum jetzt wäre das eine Woche vor WM und wir hätten beispielsweise das Match mit Harper, Wyatt und Orton, vielleicht noch Styles mit drin, dann hätte das durchaus Sinn gemacht, dass Orton quasi als eine Woche vor WM sagt, Hey, Wyatt, ich habe dich die ganze Zeit verarscht, ich brenne jetzt alles nieder, was dir wichtig ist, wir sehen uns in ein paar Tagen. Und dann gegen einen sehr demoralisierten Wyatt-Antritt. Aber so ist es noch ein über einen Monat bis zu WrestleMania und Wyatt hat genug Zeit, sich davon zu erholen. Das heißt, der Zeitpunkt hat für Randy Orton überhaupt keinen Sinn gemacht, zumal er vor zwei Wochen auf seinen Titelshot verzichtet hat. Und eigentlich jetzt damit rechnen müsste, dass Shane McMahon sagt, Du, du hast auf deinen Titelspot verzichtet, AJ hat den jetzt, geh weg. Was nicht passieren wird, aber das wäre das, womit Orton eigentlich rechnen müsste. Er hat auf seinen Spot verzichtet. Die ganze Show in den letzten zwei Wochen drehte sich bei SmackDown drum, dass ein neuer Number One Contender gefunden werden soll. So, und dann kommt halt der Punkt, dieses Sein-Anwesen-Verbrennen und Sister Abigail. Das hätte er auch damals in der Fede schon machen können einfach. Dafür hätte er nicht Monate mit Wyatt arbeiten müssen. Einmal sind New Day anrufen, fragen, ey, wo ist denn der Compound, wo ihr gekämpft habt? Alles klar, geh ich hin, verbrenne ich. Und schon hätte er das damals einfach organisch in der Fede tun können, auch wenn es immer noch keine Face-Aktion wäre. Okay, Harper ist jetzt weg. Auch das hätte man anders lösen können. Aber für diesen Pay-Off hätte er nicht Monate mit den Wyatts zusammenarbeiten müssen, sich wirklich für die Aufopfern, ihnen zu Titeln verhelfen, ihnen zum Titel selbst verhelfen und so weiter und so fort. Für diesen Pay-Off hätte er das nicht machen müssen. Und es geht ihm ja darum, Bray zu besiegen. Also warum nicht darauf hinarbeiten, im WrestleMania-Match zu sein und Bray dann einfach zu screwen? Nein, stattdessen verzichtet er auf den sicheren Kampf gegen Bray und den Spot, verzichtet auf das Match an sich und verbrennt Brays Haus. Wie gesagt, so wie ich es geschildert hätte, Harper gewinnt das Match gegen AJ. Also es wird wieder ein Unentschieden. Shane sagt, ihr seid beide im Match. Wir haben Harper, AJ, Wyatt. Und dann sagt Orton, hey Wyatt, ich komme da rein, um dich zu unterstützen. Und dann sehen wir ein tolles Fatal-Four-Way-Match. Dann screwt Orton Wyatt. Und ja, ob er dann den Titel gewinnt, wäre dann der WWE überlassen. Ich würde dafür plädieren, dass Wyatt es trotzdem schafft. Aber gut, ein, zwei Sachen ändern. Einfach das, was sie angefangen haben, fortführen. Und schon wäre das eine sinnvoll aufgebaute Story gewesen. So macht, wie ich finde, im Moment vorne und hinten gar nichts Sinn an dieser Geschichte. So, und dann kommen wir mal noch zu Raw mit Bayley. Denn bis vor einer Woche wollte ich das Video eigentlich so gestalten, dass ich darüber rede, wie dumm Raw geschrieben ist und wie clever SmackDown. Was sich leider diese Woche komplett geändert hat, auch mit dem scheiß Chairs-Match mit Ziggler und Cruise, wo dann Cruise wieder, wie der Heal sich verhalten hat. Schon wieder. Da sind wir halt schon wieder bei diesem Punkt, der Heal-Face-Darstellung bei SmackDown. Aber ja, diese Woche hat jetzt SmackDown da eben irgendwie so ein bisschen mitgeschlossen. Denn, weil, zu der Orton-Sache nochmal, es hat sich ja auch relativ deutlich aufgezeigt, Orton wird seinen Titelshot zurückbekommen. Was er gar nicht gesagt hat. Shane sagt zu Styles, warum viel zu beraten. Orton hat nicht mal gesagt, dass er seinen Titelshot zurückhaben will. Und trotzdem wird überlegt, AJ zu screwen. Und es sieht jetzt gerade ganz danach aus, AJ hat fair den Number-and-Contender-Spot gewonnen und die Fede wird sein, Shane sagt, hey AJ, du hast deinen Spot doch nicht mehr, du musst ihn gegen Orton auskämpfen oder so. Das verliert AJ und dann kämpft er über WrestleMania gegen Shane. Was keinerlei Sinn macht, denn eigentlich müsste Shane halt, wie gesagt, wirklich sagen, Daniel Bryan, sag mal, Orton, wir haben die letzten zwei Wochen einen neuen Number-and-Contender gesucht und du spielst dir nur deine Spielchen. Fick dich, du hast deinen Spot nicht mehr. Du hast ihn aufgegeben. Das wird aber nicht passieren, sondern Orton wird ihn wie durch Zauberhand zurückbekommen oder eben durch den Number-and-Contender-Mensch. Ich hoffe zumindest das, dass sie nicht einfach sagen, okay, Orton ist wieder Number-and-Contender, AJ, du nicht. Weil dann ist Shane ganz klar der Heal in dieser Konstellation mit AJ. Naja, so. Bei Raw im Frauengeschehen, erst mal, erster Punkt, man zieht mit Bayley eins zu eins die Sasha Banks Charlotte Story durch. Bayley gewinnt den Titel in der Wochenshow, ich wette, sie wird ihn bei Fastlane verlieren und dann wird sie ihn bei WrestleMania wieder gewinnen. Oder Sasha als Heal. So. Davon mal ganz abgesehen, dass Bayleys Titelgewinn wahnsinnig belanglos wirkte, weil sie ihn einfach so bei einer Wochenshow gewonnen hat, ist der Aufbau, und das auf Charaktere scheißt, auf den Aufbau scheißt, auf einen kohärenten Storyverlauf scheißt, weil Bayley wird konstant als Underdog aufgebaut, dann mal wieder nicht. Dann wieder als Underdog und dann gewinnst du den Titel einfach so mittendrin in der Weekly, ohne dass da wirklich Aufbau für da gewesen wäre. Und dann sind wir bei diesen ein, zwei Sätze ändern würden reichen, denn Sasha hat ihr geholfen gegen Charlotte zu gewinnen und Stephanie McMahon konfrontiert Bayley in der Folgewoche und sagt, hey, so wolltest du deinen Titel doch nicht gewinnen, du bist ein Vorbild, du musst den Titel wieder abgeben, weil du willst ja ein Vorbild sein und nicht einen Titel haben, der mit lauter, wie heißt denn das Wort jetzt? Äh... der mit lauter Kontroverse, das war das Wort, das ich gesucht hab, genau, äh, weil Bayley sagt, hey, mein Titel soll Competition und Happiness und nicht Kontroversen widerspiegeln, deswegen soll ich den Titel abgeben. Hm... Hm... Stephanie grinst schon, da sagt sie, hell no, den geb ich nicht ab, bitch, in your face! Und ich saß da und war so genervt von Bayley, weil sie halt auch nicht das Charisma eines John Sinas hat, sorry, um solche Promos zu zählen und die sind schon bei Cena manchmal Fremdcharme und also, es geht halt von vorne bis hinten los. Sie sagt halt einfach nur so, in your face, ich geb ihn nicht ab. Anstatt, dass sie anspricht, dass Dana auch in das Match eingeriffen hat und hier mal ganz kurz mein Alternativvorschlag. Man bringt das Szenario, so dumm es auch ist, Stephanie versucht ja manchmal Leuten den Titel abzunehmen mit dummen Gründen. Stephanie sagt, hey, du hast es nicht fair gewonnen, du sollst den Titel abgeben, ähm, denn du kannst, äh, der Titel soll doch nicht von Kontroversen umgeben sein und Bayley, anstatt zu sagen, in your face, bitch, ähm, sagt, ja, das stimmt, ich hab ihn nicht ganz fair gewonnen, aber Dana hat auch eingegriffen zum einen und zum anderen Charlotte ist der Inbegriff von Kontroverse. Sie hat ihren Titel so oft unfair verteidigt, sie hat den am Anfang eigentlich nie fair von sich aus verteidigt, ihr Umgang mit ihrem Vater, den sie zum Bein bringt und schlägt, ähm, und so weiter und so fort, dass sie all diese Punkte anführt und dann sagt, Charlotte ist der Inbegriff von Kontroverse und ich wäre ein noch viel schlechteres Vorbild, wenn ich ihr den Titel zurückgebe. Und Bäm, schon hätte man das Ganze besser geschrieben, Bayley würde als clevere Frau dastehen, als gutes Vorbild, als eine Frau, die weiß, was ihr dieser Titel bedeutet, anstatt als eine Frau, die ernsthaft überlegt, den Titel abzugeben, obwohl es ihr Lebenstraum war, den zu halten und dann sich entscheidet für Nee, Stephanie, verarscht, Bitch! und ich war wirklich genervt in diesem Moment, dass man das nicht cleverer booken kann heutzutage und ja, das sind so ein paar Beispiele, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Video geworden ist, ehrlich gesagt, es war auch so ein Stück weit einfach mal drüber reden müssen, über all diese Entscheidungen und wie gesagt, da ist noch viel, 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 viel mehr. Die WWE trifft für mich im Moment wirklich einige, einige Fehlentscheidungen. Ja, und das waren aber so die drei Punkte, jedenfalls, dass die WWE im Moment viel zu sehr für Momente anstatt für durchgängige Storylines lebt, auch Brock Lesnar gegen Goldberg wäre da ein Beispiel, diese Fehler wäre komplett ohne dieses Geplänke vorher ausgekommen, ohne den halben Locker Room zu burryen, ohne Brock Lesnar das Momentum wegzunehmen. Diese Fehler hätte komplett ohne das geklappt, wenn man einfach gesagt hätte, Wrestlemania, Goldberg Lesnar, bam, edit und los. Ja, also dass man viel zu sehr für Momente bookt, dass man komische Real-Face-Konstellationen im Moment hat und dass man im Moment sich einfach keine Mühe gibt, halbwegs cleverige Sachen zu schreiben und es manchmal nur so eine winzige Änderung bräuchte, um das besser zu machen, auf die man als Fan irgendwie innerhalb von zwei Sekunden in dem Moment, wo man es sieht, kommt und die WWE mit professionellen Schreibern aus irgendeinem Grund nicht. Ja, das war meine Meinung zum aktuellen WWE-Writing. Lasst mir gerne eure Meinung da. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen, weil ich im Moment Urlaub habe, kann ich das mal wieder machen, mit meiner Vorschau auf WWE Fastlane beziehungsweise meinem Wie ich WWE Fastlane 2017 booken würde. Bis dahin, euer Gauton. Ciao.